Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project R.E.T. Wir sind momentan, also ihr und ich, sind momentan alleine auf dem Server. Das trifft sich ganz gut, denn ich wollte euch mal ein anderes Thema etwas näher bringen. Genau, hier ist gut. Und zwar wollte ich euch mal ein Thema näher bringen. Lass mich mal kurz gucken. Ja, das ist eigentlich wurscht. Und zwar das Thema Redstone. Jetzt habe ich mir selber wieder rausgebracht. Nehmen wir einen Cobblestone hier. Und gut. Und zwar das Thema Erzgenerierung. Wir haben für die Erzgenerierung einen Mod drin. Der Mod nennt sich Custom Org Generation. Den gab es schon mal für 1.4, für 1.5 gab es dann glaube ich nicht mehr. Und jetzt hat jemand sich den Mod wieder zur Brust genommen und hat dann quasi für 1.6 eine neue Version rausgebracht. Ist aber schon ein bisschen länger für 1.6 draußen. Hat einen ganz speziellen Grund, warum auch unser Modpack ein bisschen länger gebraucht hat, für auf die 1.6.4 zu gehen. Denn wir hatten mit Mystcraft-Welten noch ein bisschen Schwierigkeiten. So, jetzt mal gucken hier. Ne, das haben wir gerade nicht da. Und zwar... Ne, das machen wir mal anders. Bin gleich wieder da. So, jetzt sind wir wieder zurück. Und zwar... Wir waren stehen geblieben beim Custom Org Generator. Welche Vorteile hat das und welche Möglichkeiten hat man damit? Genau darum soll es heute in diesem... Na, nein, lass doch mal ruhig Mod Spotlight gehen. Ich muss jetzt bloß nochmal ganz kurz einen kleinen Mod installieren. Den habt ihr schon mal ganz kurz gesehen, weil ich einmal in einem der letzten Let's Plays ein bisschen aus Versehen auf eine Taste gekommen bin. Und zwar auf diese Taste hier. Und zwar ist es ein sogenannter X-Ray Mod. Wer ihn braucht, bezähle ich damit. Ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn auch nicht im Modpack drin. Aber hier jetzt zum Zeigen, deswegen habe ich ihn eingebaut. So, den werden wir jetzt einfach mal ganz kurz konfigurieren. Und zwar haben wir jetzt hier in der Hand. Wie ihr seht, ich bin gerade im Cheat Modus, weil ich wollte mir einfach mal ein paar von diesen Power Ours holen. Wir haben das Power Ohr und das ist jetzt die Distribution, die wir uns mal anschauen werden. Und zwar ist das die 1100. So, dann brauchen wir hier. Gibt es ein Konfigurationsmenü. Nehmen wir mal alles raus, was wir hier gerade mal nicht brauchen. Das da auch raus. Das mache ich in der schönen Farbe, aber egal. So, Add Block, ID, 1100. Da steht hier schon Teil Power Ohr, nein. Rot Wert, 255. Grün Wert, 255. Genau. Und damit haben wir gelb. Passt ja dann dazu, ne? So. Exit. Schauen wir mal, ob wir sehen. Wenn wir jetzt auf die X-Taste drücken, sehen wir hier was. Aber um uns drum herum, nix. Alles leer. Was macht jetzt dieser Mod genau? Dieser Mod macht folgendes. Der macht das quasi in zwei Schritten. Dazu werden wir jetzt hier einfach mal Cog Enable Debugging True. Wobei, das habe ich schon eingeschaltet. Genau. Und dann Cog, na, den lassen wir mal aus. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit sich, ach ich zeige es einfach, Cog Draw, nein, falsch schon, Shock Wireframe Mood. Und, ähm, wie hieß es nochmal, was Overlay, äh, ähm, Wireframe Overlay. So. Warum ich die nicht mag, seht ihr jetzt, weil hier sind alle Distributionen, die wir bei uns drin haben, sind ein paar viele. Deswegen machen wir das jetzt mal rückgängig. Wir machen das hier mal mit ohne diesen Wireframe Mood. Das mag zwar für einzelne Distributionen ganz gut sein, aber bei der Mengendistribution, die wir haben, sieht es etwas unübersichtlich aus. Genau. Deswegen auch dieser, äh, unsägliche X-Ray Mood. So. Da sehen wir jetzt nämlich ein einziges Erz. Das einzige Erz hier mit unten. Und zwar dieses Power Ohr. So. Wie geht der Mod vor? Ähm, fangen wir mal andersrum an. Ähm, der Mod aus dem Power Ohr kommt das Dartcraft. Dartcraft macht folgendes. Dartcraft platziert beim Generieren eines Chunks. Und zwar, wenn er neu generiert wird, platziert er Blöcke. Genau diese ominösen Power Ohr, die da unten jetzt liegen. So. Dann im nächsten Schritt geht dann der Mod Custom All Generation in zwei Schritten vor. Und zwar, schauen wir mal ganz kurz. Wir sind jetzt ungefähr bei Position 0,0. Genau. Und zwar macht er ein Cook Populate. Das macht er natürlich alles selbstständig. Ich will es euch jetzt einfach nicht mal zeigen. So. Und zwar, im ersten Schritt macht er ein Power Ohr Substitute. Substitute. Das ist die Distribution, so heißt sie. Substitute. Oh, ich habe noch was vergessen. Ich erkläre die einzelnen Parameter gleich alle. Und am Ende an der Position 0,0, an der stehen wir gerade. Genau. So. Jetzt macht er nämlich folgendes. Im Umkreis von 5 Chunks, das heißt insgesamt 11x11 Chunks, ersetzt er jedes Power Ohr durch Stone. Schauen wir mal, was er macht. Und zwar um 0,0 drumherum. Ja, wie wir sehen, er hat es gemacht. Da unten ist alles jetzt weg. Das ist der erste Schritt, den er macht. So, und das Interessantere ist aber eigentlich das Zweite, was der Mutt macht. Und zwar, nachdem er alle Blöcke durch Stein ersetzt hat, das heißt es wäre wieder eine massive Filzwand, macht er dann über ein Power Ohr Veins, wiederum um den Punkt 0,0 generiert er sogenannte Erzadern. So, und jetzt sehen wir hier, hier haben wir eine Ader. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo eine sehen. Da sind noch welche. Na, ich glaube, der Mutt hat auch noch ein kleines Problem mit der Darstellung. Doch, jetzt stimmt's. So, und zwar, hier haben wir eine Ader. Ich glaube, der X-Ray Mutt hat noch ein Problem. Und hier haben wir eine Ader. Wir können das theoretisch gerne nachvollziehen, indem wir mal da drüben buddeln. Machen wir das jetzt einfach mal? Machen wir es einfach mal. So, weil jetzt haben wir ja hier einen Blick drauf. Nehmen wir unseren Kabelhandschuh. Machen wir hier mal eine größere Fläche frei. Ah, wie wir sehen, der X-Ray Mutt scheint zu funktionieren. So, und jetzt haben wir eben genau das, was wir immer sagen. Jetzt haben wir hier eine senkrechte Erzader. Die können wir jetzt theoretisch abbauen. Aber ganz ehrlich gesagt, macht eigentlich gar keinen großen Sinn, das Ding jetzt hier abzubauen. So, und warum sehen wir das jetzt so diffusil? Ähm, komm, rauf. So, warum haben wir das überhaupt uns den ganzen Aufwand gemacht? Man kann das doch für jeden Mod einzeln einstellen. Äh, leider, ganz ehrlich gesagt, nicht bei jedem Mod. Ja, also man kann nicht bei jedem Mod die Menge einstellen. So, ähm, man kann nicht bei jedem Mod einstellen, wie die Erze generiert werden. Jetzt wie hier in unserem Fall eben, wir machen das ganz gerne in Adern. Hat einfach den Hintergrund. Es macht zwar Spaß zu meinen, aber mit Adern macht es noch mehr Spaß zu meinen, weil man findet, wenn man mal was findet, relativ viel. Und, ähm, man braucht nicht Stunden damit, nach irgendwas zu suchen. Wenn man mal was gefunden hat, das kann unter Umständen ein bisschen länger dauern, aber wenn man mal was gefunden hat, hat man dann auch gleich eine ordentliche Menge davon. So, warum machen wir das? Ähm, jetzt muss ich mal erstmal eine passende Generierung raussuchen. Ich hoffe, dass das hier in der Gegend irgendwo ist. Was haben wir denn? Ähm, genau, schauen wir mal. Ob wir Diamanten, naja, Diamanten ist blöd. Ich glaube, der X-Ray-Mod hat ein ganz schönes Problem. Egal. Ähm, na, Kohle ist auch doof. Lass mich mal ganz kurz reingucken, was wir hier noch so für Dinge haben. Thaumcraft, Thinkers Construct, SGcraft, Project Red. Den Standard Minecraft aus Forestry. Schau mal. Forestry. Forestry. Ja, das sind mehrere Ärzte. Hm, auch nicht gut. Ähm, vom Prinzip her wollte ich euch eigentlich Folgendes zeigen. Schau mal, ob wir das hier mit... Ähm, welches Ärzte nehmen wir denn da mal? Kohle. Nehmen wir mal Kohle, ist mit 16. Ach, falsche Schaste. Hier, Kohle. Adblock. ID. 16. Ähm. Das soll dadurch schwarz dargestellt werden. Ad. Exit. So, jetzt sehen wir hier. Ah ja. Hm, das ist natürlich doof, weil hier ist es schon richtig generiert. Ähm. Vom Prinzip her, das ist das, was ich eigentlich zeigen wollte. Jetzt überlege ich gerade, schauen wir mal auf die Karte. Also ich sag mal in westliche Richtung, westlich. Ich schau nach Norden, westliche Richtung. Da ist schon ein bisschen was generiert. Okay. Ähm. Machen wir mal folgendes Thema. Und zwar mit Cook Clear kann man sich die, ähm, bam, 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 wie kann man das sagen? Ähm, die Statistik wird ja einfach mal löschen. So. Boom. Weg. Fertig. Erledigt. Weg. Und dann gibt es noch als zweite Möglichkeit, Cook Info, und zwar für, ähm, was nehmen wir denn da? Irgendwas, was wir auch wieder generieren. Ähm, ähm, nicht das Problem. Ja, also wir haben noch ein kleines, mein Problem ist falsch ausgedrückt. Wir haben nämlich, ähm, diese Substitute, da haben wir mehrfach die Ärzte zusammengefasst und bauen dann danach natürlich nur noch eine Sache auf. Das passt von den Zahlenwerten her nicht. Hm. Okay. Was haben wir denn da? Wisst ihr was? Wir nehmen tatsächlich Power. Ähm, das ist in beiden Filmen. Genau. Power Punkt Stern. Das ist das Substitute und das Original. Ähm, und zwar Populated. Chunks und Placed Blocks. Ich hoffe natürlich, weil der, diese Distribution stammt hier witzigerweise nämlich nicht von uns, sondern von dem anderen, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ähm, jetzt seht ihr hier Power or Substitute. Populated, ne, bleib hier. Populated Chunks, null. Also momentan sind noch keine Chunks damit generiert worden. Wir haben sie auch gerade eben gelöscht erstmal. Und es sind noch keine Adern platziert worden. Und es gibt hier noch eine Spezialgeschichte. Und zwar in, äh, Mountainregionen, also in bergigen Regionen, wird ein bisschen mehr Erz generiert. Das kann man nämlich relativ witzig und gut einstellen. So, jetzt rennen wir einfach mal ein bisschen Richtung Westen. Das müsste auch nicht Westen sein. So, und jetzt müsst ihr ja anfangen zu generieren. Wir rennen einfach mal ein gutes Stück. Ein gutes Stück. Holt, brems, da ist ein Loch. Loch. Loch macht zu. Ja. So. Oh, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich merk's gerade, ich hab Hunger. So. Okay. Jetzt springen wir dann nochmal hier drüber. Und landen im Baum. Und rennen noch ein Stückchen weiter. An's Ende der Karte. Und landen. No. Jetzt werde ich wahrscheinlich, ah, okay, hat doch noch geklappt. Okay. Also jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, an der Stelle musste er garantiert irgendwas generieren. So, und schauen wir mal. Denselben Befehl nochmal. Also, wir sehen, er hat 531 Chunks mit den Erzen verarbeitet. Und er hat 7... Das ist doch hier. Bleib da. Und zwar, er hat 7.985 Blöcke hier gesetzt. Und zwar im Substitute. Das heißt, die Blöcke wurden ursprünglich mal gesetzt durch den Mod. Und zwar 7.985. Jede Menge. Und die wurden gerade durch Stein ersetzt. Habt ihr vorhin gerade gesehen, mit den Blöcken, die ich oben drauf gesetzt hab. So. Und dann hat er insgesamt in derselben Anzahl an Chunks, 531, hat er jetzt neue gesetzt. Und zwar insgesamt nur 1.910. Und das ist genau die Philosophie, die wir vertreten. Mehr ist... Äh, weniger ist mehr. Aua. Halt nochmal. Aua. Jungs, 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 Jungs. Das ist aber nett von euch hier. Komm, weg. Weg. So. Das ist genau die Philosophie, die wir vertreten. Stellen wir uns mal auf den Baum. Genau. So. Das ist genau die Philosophie, die wir vertreten. Weniger ist mehr. Erstens, wir haben mehr Platz im Boden, sag ich mal, für andere Sachen. Wir haben ja nicht nur eine Erzsorte, sondern wir haben viele Erzsorten. Zweitens ist es ein bisschen anstrengender, die Dinger zu finden. Aber andererseits, wenn man sie mal gefunden hat, wird man gleich richtig fündig. Das ist das, was ihr relativ am Anfang von unserer Season 3 gesehen habt. Wenn man mal einen Diamanten gefunden hat, hat man eine ganze Ader gefunden und da waren jede Menge dann da. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt. Und zwar, wenn ihr jetzt, sag ich mal, einen neuen Mod dazu nehmt. Also bei uns ist hier jetzt dazugekommen, Factorization bei uns ist dazugekommen, Thermal Expansion bei uns ist dazugekommen, Puh, was war es noch? Genau, SG Craft, beziehungsweise die heißen jetzt hier anders, Lantea Craft, glaube ich. Bin mir nicht wunderbar, ist da nicht sicher. All diese Sachen bringen ja zum Großteil ihre eigenen Ärzte mit. Eigene Ärzte ist ja alles immer schön und gut, nicht? Aber jetzt hat man schon einen großen Teil der Landkarte. Jetzt zum Beispiel hier. Hier, ja. Hat man hier schon einen großen Teil der Landkarte erkundet. Und in diesen Bereichen würden die meisten Mods keine neuen Ärzte mehr generieren. Und genau hier können wir ansetzen. Denn wir können ja nicht nur die Distributionen in neuen Chancen generieren lassen, sondern wie ihr gerade gesehen habt, ich kann das ja auch hier mit Coq Populate, kann ich ja das Ganze ersetzen lassen. So, jetzt kann man das aber nicht nur für eine Distribution ersetzen lassen, sondern für alle. So, jetzt kommen wir aber zum Punkt, der ist ganz wichtig. Ich empfehle euch bei einem Server nicht mehr wie 10 Chunks drumherum zu ersetzen. Da muss der Server aber schon ein bisschen potent sein, sonst er das hinkriegt. Weil wir haben insgesamt ganz viele Distributionen. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie lange das dauert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Sekunden hat das jetzt gedauert in 441 Chunks. Das entspricht ja einem Radius von einem, nein, einem Bruchmesser von 21. Da haben wir jetzt 64 unterschiedliche Distributionen gesetzt. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das geschieht in zwei Schritten. Erstens, alle vorhandenen Erze der Distribution, die wir bei uns drin haben, werden ersetzt durch Stein. Zweitens, werden die Erzadern gesetzt. Und zwar wird in dem Fall Stein durch das Erz ersetzt. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn, ihr seht jetzt zum Beispiel hier schon, wir haben jetzt hier eine schöne Power-Auhr-Ader. Wir haben hier ein schönes Kuhleflös, heißt es hier da. Was haben wir da noch für Erze? Halt, das war das Falsche. Was haben wir da noch? Oh, ja genau, genau. Diamanten. Hier, 56 ist das. Sollte ich langsam nicht wissen, aber man muss sich alles im Kopf haben, ne? Man muss ja nur wissen, wo steht. So, Adblock. 56. So könnten wir jetzt natürlich auch noch, ähm, machen wir Diamanten mal. Blau ist eigentlich blöd, ne? Machen wir noch 128 hier. Und 128 hier. Und das ist so ein bisschen helleres Blau, ne? So, Diamanten. Schauen wir mal. Da unten hätten wir jetzt ein paar Mal Diamanten. Das sieht jetzt nach extrem viel aus, ne? Aber, ganz ehrlich gesagt, ne? Guck, Info. Ah, nee, das sehen wir ja wieder nicht ganz. Ich zeige es euch trotzdem mal. Guck, Info. Ähm, und zwar Minecraft Ores. Da haben wir nämlich zuerst einmal, und jetzt muss ich die ganzen Distributionen ganz kurz raussuchen. Da haben wir hier nämlich irgendwie genau. Und zwar die Standard Ore Substitution Populated Chunks Placed Blocks. So, jetzt könnt ihr schon mal euren Taschenrechner zücken. Ach, geht. Wus, 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 wus. Standard Ore Substitution. Ja, nicht Substitution. Substitute. So heißt es. So. Wir haben 248.000 Blöcke ersetzt durch Stein. 248.192. So, dann gucken wir uns mal die einzelnen Erzadern an, die hier gesetzt werden. So, und zwar. Das sind wir schon richtig. Gucken wir uns erst mal das erste an. Also ich würde es euch gerne noch einzeln zeigen. Coal Veins. Das sind 1010 Chunks gewesen. Das müsste also hier auch. Irgendwie sind es hier mehr. Aber lassen wir es mal gut sein. Also jetzt ziehen wir von den 248.192 mal die 85.954 ab. So, das ist ja das erste erstmal. Dann ziehen wir davon noch ab. Iron Veins. Jetzt muss ich mal kurz gucken. 248.000 in 1.000. Ja. Iron Veins müsste das heißen, glaube ich. Genau. Da haben wir noch 58.000. Also. 58.027. Ziehen wir nochmal ab. Jetzt habe ich es natürlich wieder. Jetzt hat meine Tasche und ich nämlich im Stich gelassen. 248.192 minus. 85.954 minus. 58.027 minus. Dann kommt noch. Noch. Ähm. Iron. Gold. Das sind 5.300. Das waren ungefähr 104.000 minus 5.300 minus. Verdammt. Wir werden es dann gleich nochmal rechnen. So. Was haben wir denn noch? Kohle. Redstone. Redstone. Natürlich. Redstone haben wir auch noch. So. Gold. Redstone. Oh. 1400. Ähm. Wie gesagt. Wir werden es gleich nochmal rechnen. Und. Dann. Haben wir noch. Oh. Gold. Lapis. Und Emerald. Und Diamond. Lapis. Lazuli. Da haben wir auch ungefähr 5.000. Also ungefähr das Doppelte von Redstone. Dann haben wir hier noch. Oh ja. Genau. Zwei haben wir noch. Diamonds natürlich. Diamonds. Diamond. 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 Oh. Diamond. Da waren wir nicht ganz uneins. Okay. Und dann haben wir noch Emerald. Da haben wir mal einen falschen Begriff drin. Aber das ist eigentlich wurscht. Emerald. Veins. So. Jetzt haben wir. Glaube ich. Alle erwischt. Oder? Haben wir jetzt noch was? Ne. Das war's. Gut. Dann lass mich doch mal den Taschenhinter zücken. Und blättern wir mal nach oben. Also. Wir haben. Hier. Wo haben wir angefangen? Das war's. Hier. Also. Wir haben 2. Ne. Hier ist der Taschenhinter. So. Also. 248. 192. Minus. Ja. Nochmal. 248. 192. Minus. 85. 954. Minus. 58. 027. Minus. So. Blättern wir mal runter. 58. 027. 5301. Minus. 14. 118. Minus. 5, 6, 4, 7. Minus 2309. Minus 1368. Das war's dann schon. So. Also. Wir haben. Insgesamt vorher gehabt. 248.000 Blöcke mit Erzen. In 1000 Chancen. Klingt nach einigem. Ist es auch. Nachdem wir die dann alle erstmal gesetzt haben. Na. Das ist diese Standardohr Substitute. Haben wir Kohle. Eisen. Lapis. Redstone. Emeralds. und Diamonds wieder gesetzt. Und dann bleiben uns noch nach allem 75.668 Blöcke, die vorher irgendwelche Erze waren und jetzt Stein sind. Was heißt jetzt diese ganze komische Rechnung? Die ganze komische Rechnung heißt, wir verteilen, wie gerade eben vorhin schon bei den Power-Overs gesehen, wir verteilen deutlich weniger Erze im Boden. Wenn man sie findet, gut. Wenn man sie nicht findet, schlecht. Wenn man sie mal gefunden hat, hat man viele davon. Und der Boden ist eigentlich relativ, na nennen wir es mal, aufgeräumt. Und ganz ehrlich gesagt, Kohle ist eigentlich eher in Erzadern zu finden, genauso wie Eisen und die ganzen anderen Geschichten, wie jetzt in einzelnen Blöcken. So, also, nennen wir nochmal die ganzen Gründe. Erstens, wir können die Erzverteilung besser steuern. Wie sie liegen, wie viel sie liegen. Zweitens, wir können das auch nachträglich machen für schon bereits generierte Welten. Super, super Geschichte, ne? Also kann man nichts dagegen sagen. Und, ähm, drittens, es macht einfach mehr Spaß beim Minern. Und viertens, der Erdboden ist ein bisschen aufgeräumter. Aber wie gesagt, die Ersten zählen eigentlich mehr. Wir wollten einfach weniger Erze im Boden haben, weil es einfach ein bisschen, nennen wir es mal, aufregender ist, das Ganze zurückzufinden. Wobei jetzt, ich sage jetzt mal, es ist alles relativ technisch gewesen an vielen Ecken. Aber wir haben ja gesehen, die Verteilung ist auf jeden Fall einfach eine andere. Ja, und das ist eigentlich der Custom-Org-Generator. Und jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt machen wir es einfach mal. Und dann seht ihr, wie viele das eigentlich sind. Das sind die ganzen Distributionen, die er quasi berechnet hat und wo irgendwo bei uns irgendwas im Boden liegen müsste. Da gibt es noch ein paar so Spezialitäten, sage ich mal dazu. Ähm, da unten sieht man jetzt eine. Ich verrate nicht, welche Distribution das ist. Und zwar ist das ein Erz, das relativ neu dazu gekommen ist. Das in einer Ader liegt. Aber bei der Ader würde ich an eurer Stelle ein bisschen Obacht geben, sie auszubuddeln. Denn da ist eine kleine Überraschung drin. Nee, ich verrate nicht mehr. Probiert selber mal aus. Okay. Ähm, es ist natürlich nicht nur in Adern möglich, sondern es ist auch in Wölkchen oder auch Clouds möglich. Das sieht man jetzt hier in der Bildmitte. Entschuldigung, dass mein Kleinen jetzt zurückhielt, aber das ist einfach zu viel für ihn. Zum Beispiel Zertusquartz wird so generiert bei uns als Wölkchen. Ähm, ich glaube Salz auch. Ich bin mir nicht unbedingt sicher, aber ich glaube Salz war es auch. Also, so. Ich hoffe, nein, ich muss noch einen Satz dazu sagen. Wir haben das noch nicht für alle Mods drin. Sag ich auch ganz klar. Weil solche Mods wie Cractic, da fasse ich im Normalfall äußerst ungern rein. In die Generierung der RC. Ähm, man könnte es machen. Es ist ziemlich aufwendig. Ich habe es mir schon ein paar Mal überlegt. Könnte sein, dass es noch kommt. Aber im Moment lasse ich einfach die Finger davon. Aber von vielen Mods werden die RC bereits so generiert. Also, ich erzähle euch mal ganz kurz, von welchen Mods das ist. Da muss ich aber jetzt mal selber gucken, weil das ist nämlich so viel. Also natürlich standardmäßig die Minecraft-RC. Klar. Dann Applied-Energistics, Biomes-O-Plenty, Dart-Craft, Factory-Craft, Forestry-Industrial-Craft 2, Palm-Service-Craft, da gibt es Salz, Project Red, Whale-Craft, SG-Craft, Thorn-Craft, Thinkers-Construct. Und in der nächsten Version wird auch dazukommen, und das ist versprochen, Thermal-Expansion. Kommt mehr dazu. Kein Problem. Kriegen wir. Wobei bei Thermal-Expansion ist es nicht ganz so wild, weil Thermal-Expansion bietet zwar selber ein sogenanntes Retrogen. Retrogen heißt, bei bereits vorhandenen Chunks wird das dann dort trotzdem neu generiert. Durch den Mod selber. Funktioniert aber nicht immer. Also ein bisschen vorsichtig sein. Jo. Wie gesagt, wir wollten es einfach in einem Mod möglichst großzügig zusammenfassen. Und wir wollten einfach unsere eigenen Mengen reinbringen. So, machen wir mal den Wireframe aus. Der ist ja umsägbar langsam der Client jetzt. So. Halt. Natürlich könnte man mit dem Mod noch andere Sachen machen. Man könnte zum Beispiel sich zusätzliche Höhlen-Systeme bauen lassen. Und lauter solche Geschichten. Es gibt noch ganz viele Sachen. Aber so weit wollten wir hier gar nicht gehen. Wir wollten einfach diese Erzgenerierung selber steuern können. Und vor allem eben für Dinge, wo wir es schon selber haben. Wo wir schon vorher eine Welt hatten, aber die Erze noch nicht haben. Und eben oftmals auch der Mod kein Retrogen mitbringt. Genau dafür ist es eigentlich gedacht gewesen. So. War jetzt sehr technisch. Aber ich denke, viele von euch haben immer wieder ein bisschen so dieses große Fragezeichen gehabt, wenn wir über Erzgenerierung gesprochen haben, warum das bei uns ein bisschen so komisch ist. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen unsere Philosophie dahinter beibringen. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Beibringen ist falsch. Näher bringen. Sagen wir es mal so. Wie gesagt, wir wollten einfach weniger Erze. Aber dafür, wenn man sie gefunden hat, einfach mal gleich eine gute Menge davon. Und natürlich wollten wir dann nachträglich die Erze auch generieren können, wenn es notwendig ist. Ja. Bleibt mir noch viel zu dem Mod zu sagen. Ich würde sagen, nein. Deswegen, an dieser Stelle, machen wir mal Stopp für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges. Ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja. Ja.